Fils, Altrick, unter diesem Rad sind ja zwei Tasten, für was ist die zweite Taste, da wechseln sich nur so diese Lichter durch, ist es die Geschwindigkeit von der Maus? Ja, die DPI-Anzahl. Was ist DPI? DPI ist die Sensibilität von Maus. Ja, das habe ich auch. Ama, hat dich irgendwer gefragt. Alter, wie heißt dieser türkische Comedian, Bületschelan, oder wie? Ja, fuck mich so ab, Alter. Also für den kann ich es schon recht, das heißt so eben. Ich habe immer Rang 1, Alter. Wie lange brauchst du? Welchen Rang muss ich haben? Zwei. Alter, ja, easy. Noch zehn Spiele, Alter. Ah, eh nur. Komm, Altrick, gehen wir uns Heroin in der Gasse. Ich habe so ein Anti-Mobber-Armbändchen. Super. Das habe ich von so einem fetten Kind mit Brille genommen. Alter, schau mich an. Schau mich an. Alter, schau mich an. Oh, schwarze Heroin, ey, Mann. Wo sind wir denn da in Brooklyn? Ah, kein Ding, Brody. Dafür bin ich da. Du hast mich jetzt. Nein, es ist Blown. Ah, hatte ich gehört. Nein, ich kurve. Oh, oh. Du, perverser Schwein. Can you don't? Weißt du, was so geil ist? Bei diesem Baby-Bell war auch ein Kiri-Dippi dabei. Ah, ich weiß nicht, Leute. Immer wenn ich Baby-Bell esse, schmeckt irgendwie nach Wachs. Und ich weiß nicht, wieso. Hä? Wieso lacht ich? Also, ist mir nur eines dafür Frage? Du machst das falsch. Du musst... Das Problem ist, du isst das Weiß, was drinnen ist. Das musst du wegkauen. Das ist kein Käse, das ist das Milchprodukt. Ich bin aber laktoseintolerant. Nein, 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 das ist eh laktosefrei. Also, ist jetzt schon vegan. Ja. Passt. Laktovegan. Ähm, aber du musst aufpassen, du kannst Baby-Bell's noch essen, wenn du, äh, dings wie es ist, omnipausexuell bist. Aber ich bin eh Pesco-Vegetarian, von daher ist mir eh scheißegal. So viel griffst du. Also, ich finde es ist nicht lustig, Amaya, dass du mich jetzt misgenderst. Verhinderungen. Scheiß-Hetero. Ja. Was bin ich überhaupt ein? Ja, homo-scheiß-Hetero. Du bist was Besseres, weil du auf Muschi stehst, hä? Kau, du Freunde. Wir nehmen diesen Wachs von den Baby-Bell-Gäsen. Ich habe zwei Kills gemacht, zwei Headshots mit den Näger und du bist ein besserer Spieler. Hm. Ich habe den Plant geputtet, Alter, was ist mir? Ah, stimmt, das ist eh getrückt für fünf Sekunden, tut mir leid. Ja, was los? Ich denke mir immer, dass irgendein anderer kommt, weil ich bin den Namen von Muschi nicht gewohnt. Oh, es passt in deine Persönlichkeit. I'm a trash man. I'm a trash man. At first, I threw trash all over that place. And then it started eating garbage. Fuck, Alter, du wärst grün. Hörst, Amaha? Yes. Nimm die Bombe. Oisch. Oisch. Du, da, dadurch löchert mich jetzt. Alter, wie blind bist du, wir sind beim Auto, du Idiot. Jetzt bitte leise sein, ich muss die Sounds hören. Du willst die Sounds hören, Spartak? Oh, Anja, Alter. Super gemacht, Spartak. Du bist noch Arbe, gell? Ja, super gemacht, Spartak. Aber der hat keinen Skinny, so nimm's besser nicht. War super gemacht, Alter. Super gemacht, ja, wegen dir. Super gemacht. Super gemacht. Blendtest du irgendwann auch, oder? Du bist ja so klar, wie du aussiehst. Wie die Hut, Alter. Kannst du das mal nimmst, dass du heute so ernst hast? Warum Treyhardt? You're so close with me. Oh mein Gott. Oh Mann. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Jagd. Oh. Oh, Spartak wurde getesert. Ich will dich umbringen an deiner Stelle jetzt. Ja, mach ich auch. Ich mach's mit uns allen, ist der Runde. Keine Ahnung. Leute, seid keine Loser-Cast. Brandgranaten. Du, Albarretter, ihr habt's recht. Aha. Sehr ziemlich doof. Und da war noch einer. Ich dachte, dass es Team-Maid ist. Sehr gut. Ach so, so. Ja. Bruh. Dann bringt's ihn um. Aha, okay. Die macht das schon selber. Allach ist groß. Allach ist groß. Allach ist groß. Allach hat noch einen Plan mit uns. Ah, mit mir nicht ab. Mit dir nicht. Gott's Plan. Allachs Plan. Alteric. Ja. Sterbst du. Oh, bollst mich. Ah, kicken wir den jetzt, oder bist du jetzt raus? Ja, bitte kickt's mich. Ja, fix. Was mit dem Idioten? See you more, boys. The hardest choice, the hardest choice, regardless of song this will. I see you more. Aber du musst Versteckten spielen. Die haben Zeit, aber das geht sich sonst nicht mehr aus. Du musst dich verstecken. Versteck dich einfach hier irgendwo. Ja. Oh, na gut, du versteck dich weiter. Der muss jetzt im Arma töten, bis er hier ist. Fuckin' hell, Leute. Lauf. Lauf einfach. Na, was kriege ich? Ja, die Kuchen hat's. Oh, wow. Das ist ja... Wow. Relato. Hey, äh, Alter, kannst du Relato? Realto heißt das, aber... Kannst du Realto? Nein, was ist Realto? My Anus. Okay, passt das jetzt für scheiße auf Objective und geil ja nur auf Kills. So wie wir es in Wettkampf machen. Genau. Can you don't die for five seconds? Ja, Aldrich. Ja? Fick dich, Alter. Die Bombe ist oben. Kommst du dich hinauf? Ja, warte ich, du. Wofür? Machst du eh schon alles alleine? Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ah! Ah, die letzte Runde. Die Schei-Cheat-Runde. Aha. Gisst du? Ja, ich habe Gisst... Ligma. Prisma. Hey, prisma my... Prisma my ass. Mann, es gibt eine Person, die ich gerade mehr hausse als mich selbst. Mich selbst. Heyho, wie geht's an der Schwester? Und hinter mir ist auch einer, super. Ah, okay, passt. Passt. Weißt du, was das heißt? Hm. Ich weiß auch nicht. Oh, scheiße, der Mann-Header drückt. Ich auch ihm. Der Last One ist der... Der Last One ist der... Scheiße, Mann. Wir müssen zusammen gewinnen, Spalten, damit wir uns nicht schön rausholen können. Oder ich fliege... Oder ich drehe mich urschnell um die Erdachse, so wie Superman. Dann drehe ich eine Hunde zurück und die müssen wir dann auch nochmal queen. Ja. Ja. Jo. Das muss wehtun, Alter, mit Näger-Fansschutz. Seh mal, alter, wollte ich auch gerade sagen. Alter. Oh, mein war... You... Oh, mein war... You, 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 You. Na, die? Bis zum nächsten Mal.